Willkommen zurück bei Time Out Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Ruppert Motorsport an der Dakar 2024. Es ist Samstag, 13. Januar. Wir sind im Camp in Riyadh. Heute ist Rest Day, das heisst keine Etappen, für alle etwas mehr Zeit. Die Autos werden auf Vordermann gebracht, die in den Motorrädern natürlich auch. Restetermine stehen an und so weiter. Für uns heisst das, es gibt viel anzuschauen, viel Spannendes und wenn ihr Lust habt, dann kommt auch mit. Hier wird die grosse Zerlegung gemacht am Rest Day. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist alles gut mit dem Auto? Entschuldigung. Ist das Auto gut? Ja. Guten Morgen. Es ist alles gut. Es ist gut. Das sieht ja sehr, sehr spannend aus. Ein Socken als Filter für den Luftfilter Also im Auto ist alles ok, haben sie gesagt. Ein bisschen müde sind sie. Gefühlt ist das Camp hier in Riyadh grösser. Man sieht, es hat viel mehr freien Platz. Und kein Sand. Ist ein fester Boden, ist sonst ein Parkplatz. Den wir jetzt da benutzen können. Hier ein Classic LKW. Der ganze Bereich LKW ist für mich nur schon spannend, weil einfach alles größer ist. Jetzt hier im Bild. Der Wagenheber sieht aus wie den ich sonst kenne. Den kleinen für das Auto oder für den Lieferwagen. Aber ist alles viel massiver, alles grösser. Der Schlagschrauber ist grösser. Das macht es sehr spannend, aber für mich finde ich auch sehr aufwendig. Als Service ist alles schwer, alles grösser, braucht alles mehr Platz. Noch als Information. Also man bezahlt eine Gebühr für einen LKW und zusätzlich eine für den Anhänger. Also ein Anhänger kostet auch für die Fähre und so weiter, wenn man den mitnehmen will. Hier haben gewisse Teams keine Anhänger dabei, zum Beispiel wie wir, um einfach um die Kosten zu sparen. Der fährt nicht mehr mit in der Wertung. Daher steht der einfach so rum. Das ist ein Mini von X-Raid. Für die Male Moto Kategorie, für die Teilnehmer heute sicher ein wichtiger Tag. Um das Bike genauer durchzuchecken. Weil bei denen ja die Zeit sowieso immer knapp ist und davon rennt. Ok, auf jeden Fall. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Euch auch, tschüss! Tschüss, tschüss! Für die Zuschauer, die neu dabei sind, die Malemoto-Kategorie, das sind Teilnehmer, die keinen externen Service beanspruchen dürfen, alles alleine erledigen müssen, eine Reparatur und die haben nur so eine Kiste dabei, daher werden sie auch die Kistenfahrer genannt und mit diesen Möglichkeiten müssen sie das Bike reparieren. Ersatzteile, die dürfen sie beschaffen hier, also der Tobi, der kann zu KTM und hier ist gerade ein Kurve Motorrad und da ist einer von Kurve dabei, daher die können sich Ersatzteile beschaffen, aber sie dürfen keinen Mechaniker in Anspruch nehmen, um das zu reparieren. Fiąde. Wie wird es? Jetzt arbeiten commercials. Arsch, wiezelve. Wie funktioniert, geliebt? Es läuft lohnt sich. Vielleicht ist das zu maken, weil�� attempted gestrière es irgendwie nicht Ridge Sie kennen Muito. Es ist kurz vor 12 Uhr, das Auto von Frank und Hartmut ist zurück, in einem super Zustand. Also der wurde die ganze Arbeit geleistet. Der sieht zwar ein bisschen zerknittert aus, aber absolut cool. Das heisst, sie können morgen wieder starten. Frank, was für ein Gefühl? Ich freue mich darüber, dass er wieder da ist, aber ich habe natürlich auch Respekt vor, jetzt für die nächste Zeit. Wir wollen uns jetzt nur noch ins Ziel bekommen. Das ist unser Ziel. So wie früher. Einfach nur ins Ziel kommen, egal was passiert. Bei BRX habe ich etwas cooles entdeckt. Das ist eine Luftkammer, da kann man sich reinlegen. Und eine Stunde da drin, hat er gesagt, ist wie fünf Stunden schlafen. Also es ist einfach zur Erholung, dass sich die Fahrer da schneller erholen können, muss man sich da reinlegen. Also Platzangst darf man da nicht haben. Hier das Auto von Nasser Alatia. Gleich nebenan die Pro-Drive Hunter von den chinesischen Teams. K operating-Mass in den L廢 Unternehmen. Die Universität ist sehr viel정 金丶er Oftcerer. Währende한emos der Vornebellen. Das ist viel zu tun, wenn man sich die Zeit producto immer nur berührt. Da sind die Sitze ausgebaut. Ich weiß nicht ob es rüberkommt im Verhältnis auf der Kamera, aber die Breite von diesem Camper Lastwagen ist unglaublich, auch ohne Slide-outs. Keine Ahnung wie breit der ist, aber breiter als bei uns. Wenn man da sieht wie viel das da übersteht von den Rädern, kann man vermutlich erahnen wie breit der ist. Also da steht 60 cm auf jeder Seite noch raus, der Aufbau. Hier steht der Wasserstoff Amarok, also der Wasserstoff angetriebene Amarok. Hier sind wir beim LKW. So wie ich das verstehe, ist es ein Hybrid, also Wasserstoff und Diesel. Weil der hat Tanks, aber auch hier, also Diesel-Tanks, aber auch hier den Anschluss für den Wasserstoff, um aufzufüllen. Aber ich sehe den Tank noch nicht. Weil hinten ist alles leer, da hat es nur ein Bett gefunden, da das Schwarze. Und was da. Das wird der Wasserstoff Tank sein. Also es ist Hybrid angetrieben. Ich habe da gefragt wie das funktioniert, aber wir können nur Spanisch und mein Spanisch ist sehr schlecht. Aber er hat gesagt, es hat keinen Diesel. Und da fehlen mir dann die Kenntnisse von Motoren, um das richtig einzuschätzen. Aber es scheint keinen Diesel zu haben. Also ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, die auf der Strecke waren. Und die haben gesagt, es ist brutal gewesen gestern. Gewisse haben gesagt mit dem Renault LKW, wenn sie es wussten, dass es so hart war, werden sie gar nicht rein gefahren. Viele Fahrzeuge sind noch nicht mal hier. Die wissen auch nicht, wie die geborgen werden können. Da gibt es Senken, die sind so tief und da stecken Autos drin. Da kann man gar nicht runterfahren und die hochziehen. Daher wird Tage dauern, bis da die letzten Autos von dieser Etappe raus sind. Das reflektiert sich natürlich auch hier im Camp. Viele Teams warten noch auf ihre Autos und das ist dann zeitlich durch. Schon eine Herausforderung, weil morgen geht es dann für alle wieder weiter. Oder das Ziel, dass alle morgen wieder starten können. Hier werden die Ölkühler gereinigt. Tobi, du bist zurück von der Chrono Stage 48 Stunden draussen in der Wüste. Erzähl uns doch mal bitte, was hast du erlebt, wie war das da draussen? Begonnen hat es so, wir sind beim Start gestanden. Links sind die Autos gewesen, rechts sind die Motorräder gewesen. Wir sind im 30 Sekunden Abstand sozusagen gestartet. Blödsinn um 8.00 Uhr Auto, um 8.00 Uhr 30 Motorrad, 8.01 Uhr Auto und so weiter. Wir sind dann so geradeaus gefahren, beide. Die Autos sind links weg und wir sind rechts über die Dünne weg. Wirklich sehr cool eigentlich. Wir sind dann... Es war dann ziemlich weit. Also es war bis zum ersten Refilling 200 Kilometer. Und es war gar nicht einfach. Es waren nur Sanddünnen. Generell die ganzen 624 Kilometer nur Sanddünnen. Bei Kilometer 153 habe ich mich leider ziemlich auf die Gospen gelegt. Ich bin dann mit verbogenen Lenken gefahren. Die restlichen 500 Kilometer, sag ich einmal. War sicher nicht einfach. Wir haben dann ein paar Fahrer überholt. Dann habe ich dann gesagt, okay, nee. Geh nicht mit in das Tempo. Muss ich nicht mithalten. Wenn ich gesund bin, weiß ich kann es. Wenn der Lenker gerade ist, weiß ich kann es. Deswegen ist es mir egal. Ich will die Stage finischen. Und dann um 16 Uhr am Pivuach sozusagen haben sie gesagt, okay, stopp jetzt. Weiter dürfen wir fahren. Da mussten wir dann übernachten. Und am nächsten Tag um 6.20 Uhr in der Früh ist es weitergegangen. Wir haben da eine Schlafsache gekriegt, ein Zelt gekriegt und eine Essensration. Das war es aber auch. Wir haben keine Matratze gekriegt und keine Zahnplusten und nichts. Ja, haben dann sozusagen im Schlafsack geschlafen und dann am nächsten Tag um 6.20 Uhr in der Früh ist es weitergegangen. Ich bin bei Kilometer 460 gewesen beim Fahrerlager. Das heisst, ich habe dann nur noch 160 Kilometer ungefähr gehabt. Nicht einmal, was wirklich okay war. So war gestern eigentlich relativ nicht einfach, würde ich sagen, weil ich bin relativ schwer. Sehr hoch, sehr weich. Wirklich sehr weich. Aber ich bin da. Ich habe es bis zum Rest ein bisschen geschafft. Mit einem Top-Resultat vor allem, oder? Genau. Gratulation. Früher in der Mali-Moto-Kategorie. Ich habe einen Stage-Win gehabt in der Rallye-2-Klasse. 9. Platz im Overall-Ergebnis auf der Stage 5. Ich bin der beste Rookie. Ich bin zurzeit auf Platz 21 und bin mehr wie happy auf jeden Fall. Wir haben ein paar Fragen rausgeschrieben von den Zuschauern von Armin. Der fragt, wie viel Öl hast du in der KTM drin? 1,4 Liter. Wobei, wenn ich Ölfilter wechsle, 1,5 Liter, weil der sich natürlich immer voll sautet. Und machst du jeden Tag einen Ölwechsel? Ja. Ölwechsel ja. Ölfilter jeden zweiten Tag. Dann der Paul fragt, welche Reifen fährst du auf der KTM? Das ist der Michelin Desert Race. Das ist der, der standardmäßig drauf ist. Und mit wie viel Luftdruck fährst du? Mit gar keinem. Wir haben ein Mousse drinnen. Das verhindert sozusagen, dass wir Platten haben können. Das ist ein Vollgummi-Material und das wird in den Reifen reingesteckt. Und da ist keine Luft drinnen. Eine weitere Frage ist, wie viel Sprit du auf 100 Kilometer brauchst? Gestern war es sehr. Also jetzt, das hängt davon ab. Also wenn wirklich der Sand nicht ab ist, so wie es vor zwei Tagen war. Da braucht man auf 100 Kilometer teilweise 18 Liter. Also das ist schon gescheit viel. Das ist vor allem, wenn man bei dem tiefen Sand oder wenn es wirklich Vollgas die Schotze entlang geht. Da spürst du richtig. Du bist auf Vollgas und es geht aber nicht wirklich was weiter. Und da kannst du richtig zuschauen, wie es eigentlich runter geht sozusagen. Wenn du jetzt auf der Hartbund bist, kommst du mit 18 Liter ungefähr 150 Kilometer. Und wie findet man dich auf Instagram? Tobias-Apster96. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich bin über alles dankbar. Ich versuche wirklich jeden immer zurückzuschreiben und dafür zu danken, dass sie meinen Weg sozusagen begleiten. Deswegen vielen Dank im Vorast schon mal dafür auf jeden Fall. Und ich bedanke mich, dass du dir immer Zeit nimmst für uns. Das ist sehr cool. Wir sehen uns bald. Danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele so begeistert sind, mir da zuzuschauen, was ich bei der Rallye Tachab liefere und generell, dass so viele Rallye begeisterte sind. Danke. Genau, wenn ich sowas... Metallspäne, hä? Ja. Häftig. Ja. So voll, ja. Der Mercedes hat hier vorne rechts seine Problemzone. Die Reifendruckanlage ist da immer ein bisschen undicht, daher wird das jetzt geöffnet. Und dann frisch abgedichtet. Und Christian ist unterwegs zum Reifensuchen, was er gebrauchte. Lukas, wir sind in Riyadh am Restday. Die letzten 48 Stunden waren für alle hart. Wie war das Erlebnis für euch? Es hat irrsinnig gut begonnen. Die ersten 200 Kilometer hat richtig Spaß gemacht, weil ich in den Dünn eigentlich weniger Erfahrung habe und habe auf andere Reifen umgewechselt, die flacher sind, also nicht so gestohlen haben. Und es lief wirklich gut. Die ersten 200 Kilometer war ich immer so überrascht. Wir waren sogar mal in der Split-Time sogar zweitschnellster bis zum Refueling. Beim Refueling sind wir dann 30 Kilometer weiter gestartet und bei Kilometer 240 ist plötzlich das Auto gestartet und wir hatten keine Benzinpumpe mehr. Haben dann improvisieren müssen, haben dann zwei Stunden verloren, haben das Auto irgendwie zum Laufen gebracht, sind wieder zurückgefahren, haben nochmal vollgetankt, sind ins Camp A gefahren, haben da übernachtet und mussten dann um 6.30 Uhr quasi dann noch 400 Kilometer fahren. hatten dann nochmal Probleme mit der Pumpe, haben wieder das Auto ausgebaut, den Tank aufgemacht, haben die eine Pumpe wieder zum Funktionieren gebracht, sind die Stage fertig gefahren. Ich bin happy, dass ich da bin, dass ich noch in der Wertung bin und dass es morgen weitergeht. Also ich bin, na, Glück im Unglück, aber wir haben was gelernt, wir haben gearbeitet, es gehört auch zu Dakar, bin noch im Rennen, ich bin glaube ich auf 21 und jetzt nach vorne. Und wie viel Aufwand war das in Minuten oder in Stunden, um die Reparatur da auszuführen auf der Strecke? Also ich glaube, dass wir locker vier Stunden verloren haben gestern. Und war das heiß oder ging es noch von der Hitze? Nein, das ging eigentlich nicht. Wir haben einen kleinen Helikopter, was toll ist auch, wir standen da zehn Minuten, kam einmal ein Fernsehhelikopter, dann ist ein Helikopter neben uns gelandet, gefragt ob wir was brauchen, ob wir Wasser brauchen, ob wir was zum Essen brauchen. Also wirklich top organisiert, beeindruckend und alles gut. Also jetzt geht es weiter und ich fühle mich eigentlich relativ fit. Ich dachte, dass ich fertiger bin, weil ich auch nicht so der Probesportler bin. Aber es läuft eigentlich ganz gut und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil der Dakar. Danke für deine Zeit. Danke dir. Ich bin Marc von Völkel Rally Dakar Team. Wir sind mit drei Mercedes G unterwegs und zwei Mercedes LKW 6x6 in der Dakar Classic dieses Jahr. Heute den Ruhetag haben alle Fahrzeuge erreicht. Wir sind mit unserem Fahrzeug am besten platziert von den dreien auf dem sechsten Platz, was uns sehr froh macht. Damit hatten wir nicht gerechnet, dass wir so gut sind. Ja, wir hoffen, dass wir das Ganze noch die Woche über nach Hause retten, dass wir dann froh und alle im Ziel in Jambu ankommen mit ganzen Fahrzeugen. Und ja, wir können auch noch aufs Auto näher eingehen. Mein Auto ist der 280 GE Recreation von Jackie X, der damals 1983 die Rally Dakar mit dem Mercedes 280 GE gewonnen hat. Das Auto ist vom Auto von Mercedes-Benz auferlegt worden von uns. Wir haben ein Fahrzeug mit einer Fahrgestellnummer genommen von 1982, was ganz nah dran ist am Original. Wir haben das Fahrzeug mit Hilfe von Jackie X und den damaligen Mercedes Mechanikern, die wir an dem Fahrzeug gearbeitet haben, originalgetreu wieder aufgebaut. Mit leistungsgesteigertem AMG-Zylinderkopf am Motor. Das Ding hat 220 PS, 5-Gang-Getriebe, geht sehr gut. Und die Firma Völkel ermöglicht uns den Start hier bei der Dakar Classic, was uns sehr froh macht. Und wir hoffen, dass wir die gute Platzierung möglichst nach Hause retten können bis Jambu nächste Woche. So sieht das Bayern Rest Day aus. Überall viele Leute auf der Hauptstrasse, sag ich mal. Bei diesem Side-by-Side ist die Kupplung offen und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Hier sieht man die Kupplung, der Antrieb, Vario. Also dieses Teil, das zieht sich zusammen und somit wird die Länge vom Keilriemen, also vom Riemen geändert und dadurch die Geschwindigkeit. Und hier hat es das Gegenstück, also das wird kleiner und das wird grösser. Und darüber wird dann die Geschwindigkeit geregelt. Habe ich so auch noch nie offen gesehen. Für mich sehr spannend. Da wird noch kräftig gearbeitet. Unglaublich, diese Dimension von diesen Dämpfern. Gut, ist alles groß. Das ist ein Team aus der Mongolei. Wir haben da die Service-Crew mal beim Mittagessen getroffen. Wunderlich, was heute verborgen. Viele werden nichtraphen gedauert. Ein Audit becomes unaffectual, denn jetzt werden wir den Riesen Addiction in Korea geblieben stают noch eine gewisse Verdanna Vicente. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, der точки зрität Norden auch aus이 ça. der geführt hat, hatte einen mehrfachen Überschlag und ist dann die Stage nicht fertig gefahren und das Auto kann nicht repariert werden. Daher ist für ihn die Dakar vorbei. Ich finde es extrem schade, ich hätte ihn den Titel so gegönnt, vor allem weil er und Timo ein unglaublich gutes Jahr hatte und die Dakar eigentlich nur die Krönung oder noch die Krönung dazu gewesen wäre. Aktuell führt Carlos Sainz mit Audi und dann kommt Xtröm und Loeb. Hoffentlich schafft es Loeb wieder weiter nach vorne und der Nasser Alatia, der ist auch weit hinten und kann Loeb aber unterstützen. Das hat er auch heute gesagt, dass das eigentlich seine Aufgabe ist. Ich habe es schon mal erwähnt, aber herzlichen Dank für die vielen Bestellungen von unseren T-Shirts, Hoodies, Aufkleber, Tassen habe ich auch gesehen. Ja, freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Und wir brauchen noch eine Nummer für heute und ich würde sagen, die Nummer ist 77. Bin ich per Zufall draufgekommen, aber kein Zusammenhang mit heute. Es ist sehr unterschiedlich, wie weit die Teams sind. Vorher bei chinesischem Pro-Drive Team wurden die Zelte abgebaut, alles schon fertig und hier wird noch heftig geschraubt. Das ist generell so, aber dieses Mal ist es sicher noch viel extremer, weil die Autos natürlich die einen schon da waren und die anderen viel später reinkommen. Das war's für heute. Ich habe meinen Streckenplan. Und zwar schreibe ich mir die komplette Strecke auf, das heißt, CH1, hier fangen wir an, das sind dann die Kilometer, wo wir fahren bis zur Etappe, CH2 ist dann der Startpunkt und da schreibe ich mir dann die ganzen Kilometer noch auf. Vom Regularity Test, dann die Transfer zum nächsten Regularity Test, wieder Transfer zum Navigationstest, dann kommt der Dünentest, dann ist wieder ein Regularity Test, ein Navigationstest und dann ist da CH3, das ist dann der vorletzte Checkpunkt und dann ist die Liaison wieder zurück zum Biwak. Und oben steht 249 Kilometer, dann habt ihr 249 Kilometer Wertungsetappe morgen und noch eine ganze Menge Liaison, oder? Ja. Weisst du, wie lang? Muss ich zusammenrechnen. Gut, aber ist weit. Ja, das reicht. Und Startzeit habt ihr? Ich glaube, 6 Uhr 32. Gut, dann wünsche ich euch eine erholsame Nacht. Danke. Für uns geht der Rest Day langsam zu Ende, war für uns ein spannender Tag, viele Leute getroffen, viel gesehen, war eine gute Stimmung und generell, wir geniessen das warme Wetter und das trockene Wetter. Das letzte Mal 2022 war ja eher nass und auch letztes Jahr 2023 war es eine sehr nasse Dakar. Für uns sei er optimal, wir haben viel warme Kleidung eingepackt, aber bis jetzt noch nichts angezogen. Ich hoffe, das bleibt auch in der zweiten Woche so. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlässt doch ein Like, abonniert unseren Kanal und schreibt Fragen gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir hoffen, ihr seid auch morgen bei Time Out Racing wieder dabei. Gute Nacht. Gute Nacht.